Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie eine Präsentation in LibreOffice M-Press über ein Android-Mobiltelefon fernsteuern können. Die Verbindung zwischen dem Mobiltelefon und dem Computer-Laptop, auf dem die Präsentation läuft, muss entweder über WLAN oder Bluetooth geschehen. Das dürfte aber kein großes Problem sein, da alle aktuellen Laptops beides mitbringen, in der Regel auf jeden Fall. Hier jetzt also zu sehen, meine Präsentation, und ich mache das jetzt hier zwar unter Windows, aber das geht natürlich auch unter Linux, denn es geht ja eigentlich um LibreOffice. Auf der anderen Seite mein Mobiltelefon. Hier muss LibreOffice M-Press Remote installiert sein. Einen Link natürlich auch in der Beschreibung und habe ich jetzt hier auch schon auf meinem Mobiltelefon installiert. Auf dem Windows-Rechner, da müssen wir jetzt auch noch einige Einstellungen vornehmen, und zwar klicken wir dazu im Menü auf den Eintrag Extras, um dann Optionen aufzurufen. Da haben wir hier links den entsprechenden Eintrag LibreOffice M-Press, und darunter Allgemein, und da haben wir hier Präsentation Fernsteuerung aktivieren. Das wählen wir an. Nachdem wir die Einstellung vorgenommen haben, müssen wir unser LibreOffice erstmal beenden, und dann können wir das direkt wieder starten, und eventuell meldet sich jetzt ihre Firewall, denn Impress lauscht natürlich jetzt nach dem Handy. So, Bildschirmpräsentation, Impress fernsteuern. So, ich schalte jetzt wieder um. Hier starte ich jetzt die entsprechende Anwendung. Wi-Fi ist jetzt hier eingestellt, so, und direkt wird der entsprechende Rechner hier angezeigt. Klicke ich natürlich drauf, bekomme ich jetzt hier eine Nummer, 5185, die muss ich mir jetzt merken, denn hier sollte jetzt eigentlich ein entsprechender Dialog erscheinen. Na, jetzt haben wir es hier. So, Nexus 4, das ist das fernsteuernde Gerät. 5185, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja. So, verbinden. Okay. Die Verbindung steht. Hier wird jetzt direkt die Präsentation gestartet, und auf dem Mobiltelefon habe ich ebenfalls die entsprechende erste Grafik. So, und jetzt kann ich hier ganz normal mit dem Finger von rechts nach links sliden, um zum Beispiel eben jetzt Folie 2 anzeigen zu lassen. Entsprechende Notizen, die in der Präsentation, ich sag jetzt mal, definiert wurden, die sind dann hier unten zu finden. Kann man dann eben auch am Handy ablesen. So, und hier sehen wir eben auch, dass das Ganze problemlos funktioniert. So, ich werde jetzt hier auch nochmal die nächste Grafik einschieben. So, sieht natürlich dann entsprechend so aus, und ja, eine ganz sinnvolle Geschichte. Und ganz einfach. Okay. Okay.